Und noch etwas, das hintere Zillertal ist ein bisschen lebhafter, mit Drehstein, das hat eigentlich mit Blattln nichts zu tun. Das Drehstein ist etwas, als wenn ein Huhn, wenn eine Hände dabei ist, und das kennt ihr alle, wenn der Huhn eine Hände umgeht, wird dann die Fliegel angeschlackt. Und genau so ist das ungefähr in diesem Sinne gewesen, wenn die Weiberleute da waren an der Stube, und das ist schneidig aufgemacht worden, oft hätten die Männer gekommen. Wenn sie zuhörst, dachte ich, die Weiberleute, und dann dachte ich, die Weiberhärten nicht mehr, dann tun sie mit den Weiberleuten nicht. Und so ist es halt aufgegangen zu machen. Heute, heute, lasst schon ein bisschen nach, die Musik. Es ist schon unsere Musik, Volksmusik, aber heute wird das alles viel präziser gemacht. Durch die Weiber gab es eine Bratte, die man heute hat, wo man seine eigene Musik wieder hört, da kommt man an die Pfähler raus. Und die Pfähler, die hört man dann selber. Was man merkt, das ist alles so ein bisschen über den Hauch gegangen, also hudli hudli, ja. Und dann einfach aufgemacht worden, wie es der Brauch war, nicht, und da hat niemand mehr nachher gelöst und nichts, weil es sich ja nicht mehr gehört hat, die Musik, die war vorbei. Spiele euch noch ein. Spiele euch noch ein. Spiele euch noch ein. Untertitelung des ZDF, 2020